Hm? Hm. Bisschen löst. Hallo? Hey, willst du um die Mario-Karakter-Luke-Championship spielen? Hymn. Bisschen löst. Lassen d'hiers. Wow, das hat ja aber lange gedauert. Weißt du, wie lange ich hier brauche? Ja, keine fünf Sekunden, du warst nämlich in meinem Wohnzimmer. Alles mal, wir spielen. Gut. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem 18-Ater. Ihr habt anscheinend schon bemerkt, es ist nun das Mario Kart 8 Deluxe Championship Match 18-Ater gegen April MHD. Erstmal willkommen. Ja, schön mal wieder hier zu sein, wobei ich letzte Woche oder vor der Woche hier war. Ja, da haben wir doch angekündigt mit dem zweiten Kanal. Aber gut, jetzt heute nach langer Zeit wieder ein bisschen Gaming dazu noch. Das ist jetzt um ehrlich zu sein ein sehr ernstes Video, das um diesen Championship hier geht, den ich von Last Gaming weggenommen habe. Vor allem, wenn ich jetzt dieses Match verlieren sollte gegen Elpro, dann muss ein Rematch nämlich kommen. Und wenn ich gewinnen sollte, darf dann als nächstes der Last Gaming antreten. Wenn aber sonst einer von euch mich antreten möchte, um den Mario Kart 8 Deluxe Championship Match, kann es gerne schreiben. Sicher ist es aber nicht. Auf jeden Fall, die, die mitmachen dürfen, sind halt Elpro Gaming und Last Gaming. Okay, die Regeln sind nämlich folgende. 200 CTM, ohne Teams, furiose Items, schwer, alle Fahrzeuge, zufällig und 8 Rennen. Ja. Puh, okay. Ich bin gespannt. Let's go. Die erste Strecke. Yoshis Piste. Das ja auch von Nintendo Gamecube ist. Ah, wie war nochmal mit Items? Das war R. Nee, es war L. Es war doch L, okay. Er war Driften. Achso. Okay, let's go. Ich komm gut in die Kurven. Ich jetzt doch nicht mehr. Oh, Pils, 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 Pils. Ich bin drüber. Nein, ich auch. Ich war kurz erster. Der erste Hinfaller von dir. Oh, Doppelalter. Kurven, Kurven, Kurven. Kurven sind wirklich nicht so gut. Ja, das sagst du mir. Erst jetzt dabei bin ich schon längst in die Kurven gekommen. Oh, mein Gott. Oh, shit. Alter, wieder erst mal gewöhnen hier mit Marika Dachdeluxe. Ich allgemein vor allem. Scheiße. Ich glaube, ich muss ein bisschen, ich glaube, ich muss bremsen. Das war B. Ich hätte gerade gedacht, ich hätte es rüber geschafft. Habe ich aber nicht. Ich muss kommen. Ich glaube, ich muss innen anfangen. Nämlich von außen arbeiten. Also manchmal drücke ich auch B. Stirn. Nein, als ob nein. Ja, ich trinke manchmal B. Okay. Ja, ich trinke manchmal wirklich B bei den Kurven. Ich glaube, ich muss auch. Oh, Prank, nein. Okay, Glück gehabt. Okay, Pils. Ah, ich bin schnell als Ludwig. Okay, das wird nichts. Ich glaube, ich verliere jetzt schon. Schau dich das. Aber ich bin gerade erster. Oh, mein Gott. Mann, ey. Ich hätte trainieren sollen mit acht. Ich habe erst vor kurzem trainiert, bevor du gekommen bist. Hat nicht viel gewöhnt. Ich habe nur eine Strecke, wollte ich schon sagen. Eine Strecke. Oh, Mann. Ich bin zwölfer. Oh, oh. Der Tod kommt. Der Tod kommt. Alter, wie Tag und Nacht. Der hätte mich gerade getroffen. Ja, Tag und Nacht. Ich bin du bist erster, während du zweiter bist. Liar. Ich bin gerade erster. Hört nichts. Okay, ich... Das liegt doch. Ich werde zweiter bleiben. Oder... Ne, ich habe Tod aufgeholt. Yes, ich bin hier. Wie immer. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Betrug. Was ist das? Wie hart ist hier die Kurven? Oh, mein Gott. Ist mein Charakter zu... Oh, der Kugel, Willi. Nein. 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 Oh, Mann. Wow. Lol. Das warst du. Entschuldigung. Oh, Mann. Ich hätte wirklich üben sollen. Erste Strecke hat schon gut angefangen. Einfach nur Fiffa Fritsch. Ich bin einfach zu schnell in den Kurven. Gefühlt. Ich glaube, ich muss vom Gas runter. Nee, da kann ich... Du darfst halt echt nicht zu schnell fahren. Ja, das ist... Das ist mir halt dann echt aufgefallen. Also allgemein auch. Das war gut für mich. Ich habe nicht zu schnell fahren. Aber hier, Marius Piste, das geht noch. Geht relativ, weil ich bin jetzt zweiter. Ich bin... Nee, du bist dritter. Ich bin dritter. Mann, Mati, ich war... Warum geh... Siehst du, wie hart... Warum gehst du... Warum liebst du die Kurven? Link. Der Kurvenfanatiker. Der ist so link, der Typ. Ja, Mann, so mal... Was ist bei dir passiert? Hä? Ja, Mann. Ohne Hände. Freihändig. Oh mein Gott, das war knapp. Oh nein, nein, nein. Okay. Doch, Rutter. Ich habe schon gedacht, der kommt doch nicht. Warte, wer ist vor mir? War ja klar. Ich hatte gerade zwei Pilze. Was soll die Scheiße? Das kann doch was werden. Yes! Yes! Vogel Willi. Du, gib mir jetzt Freihändigkeit. Was? Wieder? Ach du! Wenigstens noch schnell... Okay. Achter. Wenigstens noch achter. Besser als davor. Wenigstens noch achter. Es geht langsam. Ich habe... Ich muss... Oh, ein Punkt mehr. Ich bin Elfter. Ich bin Elfter. Also ich will zwar jetzt nicht sagen, aber es kann sein, dass der Titel schon feststeht, wo er landen wird. Halt zum Ohr, Junge. Leider ja. Oh! In 200, das ist mies. Und... Soll ich gleich als ein Fenster springen, oder wie? Ne, zerstör doch deinen Controller von zu Hause. Lassgemi hat doch deinen Controller auch zerstört. Der Controller ist schon zu Hause von der Switch vergessen. Hättest du mitnehmen sollen, denn jetzt ist sie kaputt machen. Neu, wir beide! Geil! Das kann mir mit runtergefallen. Wir sind beide gleichzeitig runtergefallen. Also nicht komplett gleichseitig, aber man versteht schon, was ich meine. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Wand! Doch nicht. Oh, ja, 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 jo. Oh shit. Und... Nee, nee. What the fuck? Abkürzung! Oha. Hey, vierter! Nein, nein! Du, vierter! Vergiss es. Oh, das ist doch... Ja, ich bin vor dir. Heute ist nicht dein Tag. Das Thema Mario Kart 8 Deluxe war nie mein Tag. Das ist nie mein Thema gewesen, Mario Kart 8 Deluxe. Wo? Oh shit, was ist da gerade... Jemand hat mir meinen einzigen... Oh nein! Ich will nicht! Mami! Ich will nicht! Oh, das könnte weh tun! Das hat auch weh getan. Das tut sehr weh, das tut sehr weh, das tut, das tut, 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 tut gut, tut selten gut. Oh lol, Doppeltreffer. Also zuerst habe ich glaube ich Metal Mario getroffen und dann Toad. Erster... Nein! Nein! Ich bin... Nein! Zweiter? Hä? Wie war ich denn bitte zweiter? Zweiter! Dritter! Ich bin zweiter! Oh mein Gott. Das wird jetzt... Zweiter! Shit! Als ob du Zweiter wurdest! Oh, jetzt bin ich Achter! Oh mein Gott! Shit! Das ist Emilek Crossing Dorf. Baum. Ich knutsche einen Baum. Ist das in Ordnung? Nein. Ich bin aber ein Baumfreund. Ich komme aus der Baumschule. Du bist der Baum. Ich bin ein Baumstamm, Alter. Oh lol, ich bin Erster. Was? Martinator ist ja Zell versuchten, ne? Okay, ich glaube... Es kann wirklich noch knapp werden. Langsam irgendwann. Ja. Irgendwie. Ich habe kein Item bekommen. Fickt euch. Ahm. Ich habe mich noch eingehalten. Sei froh. Banana! Orange. Stern! Ist mir noch nicht meine Frucht. Ja okay, Zweiter, Dritter, Vierter! Komm schon, Sechser! Nein! Ein Siebter! Wenigstens noch Siebter! Ich dachte gerade auch! Alter! Nein! So viel Adrenalin! Meine Hand schüttelt! Das ist wahr? Nie, nie! Nie, nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! Haben wir zufällig davor was genommen oder so? Ich weiß es nicht mehr. Außer Jürgen-Jürgen-Jürgen-Karten gestürmt haben wir nichts gemacht. Nee, okay, dann... Ja! Ich glaube, wir hätten Jürgen-Jürgen-Karten nicht spielen sollen. Jürgen-Jürgen-Karten ist anscheinend die neue Droge. Die Geistedroge vor allem. Ja, Jürgen-Jürgen-Karten macht mir Spaß, aber... Ich bin irgendwie schneller als du ich. Ich weiß nicht, warum. Ich habe nur mich getroffen! Du hast mich getroffen! Hä? Ich habe dich getroffen! Ja, oh nein, der kommt noch weiter. Du! Ich mache Essen aus dir! Ich hoffe, ich schmecke gut! Ich ziehe erst kurzfristig draußen warnen. Und ich bin... Oh! Ich habe einen Sniper-Shot gemacht! Jawohl! Danke, Mann! Ich bin Erster! Lol. Jetzt nicht mehr. Ich brauche auch Deutsch für... Weil ich Fachinformatiker... Ich brauche auch Deutsch, also... Oh nein, Rosalina! Und ich bin wieder Erster! Nein, nein, nein! Du! Ihr seid doch alle! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, oh, oh! Und du bist doch Sitter geworden! Ich habe doch... Wie ist das? Du wirst so dusten! Weißt du, was mich richtig aufregt? Dass ich Erster bin? Nein, wenn Leute durch die Nase atmen. Weißt du, warum? Weil Corona gerade dran steht? Weil die einfach dunklen. Ah, ja. F*** euch! Ich meine... Äh... Geht in dein Zimmer und... Tut euch weh! Geil, Kugel, Willi. Ja, Mann! Will ich nicht in der Kurve rauskommen? Oh, shit. Oh, mein Gott! Du bist weiter! Frag mich... Nein, nein! Weh, du holst mich auf! Weh, du holst mich auf! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein! Chuck Gizell! Oder wie? Nein, das war Türkisch. Es wird scheinbar! Ey! Das Spiel will uns verarschen! Das Spiel wird uns verarschen! Aber es sind nur noch zwei Rennen! Ich kann nie aufholen! Ich kann nie aufholen! Es sei denn, ich verkacke gerade so hart! Ja, aber ich müsste dann immer Erster werden! Das ist das Problem! Ich müsste... Du musst richtig hart verkacken! Also, ich müsste vielleicht Zwölfter sein, zweimal und du dann zweimal Erster! Dann hätte ich, glaube ich, gewonnen... Äh, hätte ich nicht gewonnen! Hätte ich verloren! Wer ist da nicht vor mir? Rosalina! Lol! Ich glaube, wir sollten für uns beide einen anderen Titel machen! Damals gab es doch 18-Nator gegen Alpergame! Ob wir es mal wieder einführen sollten, weiß ich jetzt nicht! Das entscheidet ihr mal! Schreibt in die Kommentare! Soll 18-Nator vs. Alpergame eingeführt werden? Aber ich bin Erster! Luigi Board! Luigi! Ich habe gewonnen! Haben wir nicht gesagt, dass du Leicester sein sollst und ich Erster? Wir haben es nicht abgemacht! Stell dir Wissen bin ich Erster und du Zwölfter! Neues Ziel! Und in den Top 5! Wenn ich das nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht, was ich mache! Wow! Huch! Okay! Indert 4! Denk ich, dass ich eine Kurve gut genommen habe und dann steil ich in die nächste rein! Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter, was zum Geier ist denn das? Jit! Jit! Jiii! Jiii! Juuu! Aaaah! Okay, dann bin ich von Bob-En-Prank! Lali-la-lo-la-lo-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Ah! Der Bob-En-Prank hat mich auseinandergenommen! Oh, da ist eine Kugel hochgesprungen! Was? Ne, krass! Ich habe mich heute beim Kochen recht hart verbrannt! Echt jetzt? Öl! Ich habe Kastler gemacht und das muss man im ersten Moment anbraten! Ich habe seit dem... Da war halt... Ich habe seit dem dann angehoben, wollte nur den umdrehen, und währenddessen hat es so hart auf meine Hand gespritzt, dass ich mich komplett verbrannt habe, dass ich erstmal unter kühles Wasser halten musste. Oh Gott, Battle gegen Metal, Mario. Wer ist erster? Wer ist erster? Das bin ich nicht! Vielleicht auch. Oh mein Gott. Oh, ich bin erster. Witter? Nee, fünf Star. Okay. Mal sehen, hast du es geschafft in die Top 5. Eines steht fest. Du hast den Titel. Top 5! Du hast es geschafft! Oh mein Gott. Und ich habe 101 Punkte. Somit glaube ich sogar die höchste Punktzahl in den ganzen Mario Kart Deluxe Battles, die ich jeweils hatte. Siehst du, Last Gaming? Ich habe den Titel verteidigt. Als nächstes bist du dran. Schauen wir mal, wie dann unser Match wird. Aber wenn ich das... Wenn ich Mario Kart 8 öfter spielen würde, weißt du, wie knapp unsere Kämpfe dann immer wären. Weil, guck mal an, ich habe es geschafft in den Top 5. Ja, gegen Last Gaming war übelst knapp. Das war es mit dem Video, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Like da lassen und ein Abo. Wie ihr natürlich wisst, Locker aktivieren, Feedback da lassen. Danke, dass du kurz mitgemacht hast, dieses Championship Match. Ich habe ja jetzt den Titel verteidigt, Last Gaming. Die nächste Herausforderung geht ja an dich, da du den Titel unbedingt zurückhaben willst. Mal sehen, wie unser nächster Battle wird. Wann der auch nächstes Mal startet, habe ich keine Ahnung. Wer gegen mich noch spielen will, kann gerne in die Kommentare. So sagen sich, wir werben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Okay, tschüss. Lasst alle bitte ein 18-Aton und ein Like da. Bis dann, Leute.